Hallo zurück, ich bin Chris von testhelden.com und ich versorge euch wie immer mit nützlichen Tipps für euren Aufnahmetest. Viel Spaß! Dieses Video hier ist eins von unzähligen Vorbereitungsvideos auf testhelden.com. Ihr könnt gerne mal auf unserer Seite nachschauen, wenn ihr mehr erfahren wollt. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um zukünftig kein Video mehr zu verpassen. Heute dreht sich alles um den Aufgabentyp Oberbegriffe finden. Schauen wir uns kurz an, wie der Aufgabentyp funktioniert. Das Lernziel für den Aufgabentyp Oberbegriffe finden sieht wie folgt aus. In diesem Themenbereich werden dir Begriffe gegeben, für die du den Oberbegriff finden sollst. Dein Lernziel ist es, die Begriffe in ein übergeordnetes System einordnen zu können. Soweit so gut, spannend ist aber die Frage, wie genau wir das anstellen können. Hier kommen drei Beispielaufgaben und meine Tipps, wie man diese Aufgaben lösen kann. Wir starten wie immer ganz einfach. Uns sind hier die Begriffe Banane, Apfel, Birne und Kiwi gegeben. Und dazu bekommen wir diese Antwortmöglichkeiten Hautprodukte, Salben, Lebensmittel oder Gemüse. Als ersten Schritt machen wir uns die gemeinsame Bedeutung der Wörter klar. Alle Begriffe aus der Aufgabenstellung bezeichnen Obstsorten bzw. Lebensmittel. Und glücklicherweise gibt es auch in den Antwortmöglichkeiten diesen Begriff. Entsprechend wählen wir jetzt hier die Antwortmöglichkeit Lebensmittel aus und haben die Aufgabe gelöst. In dieser zweiten Aufgabe sind uns die Begriffe flüssig, fest und gasförmig gegeben. Auch hier überlegen wir, welche gemeinsame Bedeutung die Begriffe haben. Wahrscheinlich wissen wir noch aus der Schule, dass es sich um Aggregatzustände handelt. Und wenn wir uns die Antwortmöglichkeiten anschauen, gibt es hier den Begriff Aggregatzustand. Den wählen wir aus und die Aufgabe ist gelöst. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Manchmal sind die Antwortmöglichkeiten ein bisschen irreführend. Wenn ich zum Beispiel hier das Wort Aggregate lese, komme ich vielleicht ins Grübeln, ob nicht auch Aggregate richtig sein könnte und ich mir das in der Schule vielleicht einfach falsch gemerkt habe. Und genau deshalb ist es empfehlenswert, von der eigenen Lösung auszugehen, bevor man sich die Antwortmöglichkeiten durchliest. Denn meist liegt man mit der ersten Intuition schon ziemlich richtig. Manche Aufgaben können ganz schön anspruchsvoll sein, wenn man sich mit dem entsprechenden Thema nicht auskennt. Dann hilft uns nur noch das Ausschlussverfahren weiter. Gegeben ist uns hier Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien und Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Mögliche Antworten sind Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften, Ertragsarten oder Einzelhandelsunternehmen. Selbst wenn ich jetzt hier nicht genau weiß, was zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft ist, kann ich zum Beispiel vielleicht den Begriff Einzelhandelsunternehmen ausschließen. Als nächstes könnte ich mir dann die Wörter nochmal genauer ansehen. Die Wörter aus der Aufgabenstellung bezeichnen ja alle Gesellschaften. Wahrscheinlich muss also auch der gesuchte Oberbegriff eine Gesellschaft sein. Ertragsarten fliegt also wahrscheinlich auch raus. Und jetzt steht die Chance schon 50-50, dass ich die richtige Lösung finde. In diesem Fall würde ich jetzt auf Kapitalgesellschaft tippen und das ist auch richtig. Okay, Zeit für eine kleine Zusammenfassung. Wir sollten immer zuerst versuchen, uns die Wortbedeutung so gut wie möglich klar zu machen. Dabei sollten wir uns zuerst auf unsere eigene Lösungsidee konzentrieren, bevor wir die Antwortmöglichkeiten auschecken. Und wenn uns mal nicht alle Begriffe klar sind, kommen wir meist mit dem Ausschlussverfahren ans Ziel. Das waren sie also, unsere Tipps für den Aufgabentyp Oberbegriffe finden. Alle Übungsmaterialien, mit denen du dich ideal auf deinen Aufnahmetest vorbereiten kannst, findest du wie immer auf testen.com. Schau gern mal auf unserer Seite vorbei. Wenn das Video hier für euch nützlich war, dann lasst uns gern ein Abo da und gebt uns einen Daumen nach oben. Und jetzt ganz viel Freude beim Üben und Entdecken.